Hallo, grüße euch, Paraguay Live, ich bin der Pit, wie immer, liebe Grüße aus Paraguay. Heute zeige ich euch den zweiten Teil von dem ersten Video über die drei größten Städte Paraguay. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran, ok? Ok, also in diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, vor allem Ciudad del Este, also das ist die zweitgrößte Stadt Paraguays. Die ist im Osten, also direkt an der brasilianischen Grenze, also im Prinzip im Dreiländereck gelegen. Also, Stadt, die ihr im Prinzip gesehen müsst. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, da hinzufahren. Ja, es ist wirklich unglaublich, was da abläuft. Und die zweite Stadt heute ist ganz im Süden an der argentinischen Grenze und heißt Encarnation. Also, ich lade Sie herzlich ein, schaut euch das Video und später sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020